guten tag liebe leute wir spielen wieder clash royale und wieder ein live fight logischerweise wir müssen raushauen hier ich will euch keine spiele kommentieren sondern direkt live let's plane golem sollte passen sollte passen ist zwar schon level 2 aber ich habe jetzt natürlich den vorteil dass ich jetzt gucken kann und nach die besten truppen dafür raussuchen kann sage ich mal jetzt gucken wir mal wo er jetzt hier was macht mal gucken ob er eventuell die pfeile zückt ich will mal gucken weil ja als ob ich es nicht gewusst hätte ist ja klar ganz gechillt so gut wie keine so gut wie kein schaden sage ich jetzt mal klar mein riese ist dafür hintern aber ich habe halt erst mal den golem verteidigt das gefällt mir nicht das gibt böse aua das gibt richtig böse aua da sehe ich definitiv den tower down ja wenn nicht sogar dass ich dann richtige klatsche kriege von der ich mich nicht erhole der weiß was er macht na vielleicht mit dem golem ein bisschen zu lange aufgehalten ich will trotzdem mein elixier nicht vernachlässigen weil es kann trotzdem noch sein dass ich die chance habe und ausbessern kann aber das ist schon hart ich behalte die bist du dumm alter hast du mir jetzt nicht extra die halt da du bist so hart hässlich ne 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 tut mir leid der ist echt definitiv besser als ich um einiges krass alter hat er mir den scheiß sammler abgezogen alter so ein nicht schlimm das hätte er aber selber sehen müssen da jetzt auch die valkyre ich hatte ja immerhin die 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 bauarbeiter genau die barbaren war jetzt da nicht so schade ach man ja elixier sammler brauche ich glaube ich nicht mehr bauen und jetzt kriege auch nur die kacktruppen dann kann ich mir den auch bauen echt zack naja das hätte ich sonst früher immer gemacht denn oh ja lass uns noch mal die kobolde raufhauen ja aber bringen die in dem bereich gar nichts in one hit mehr schade ne der war der war besser minus 30 kurz wieder sammeln na ich kann wieder nicht schreiben ja tut mir leid klappt unter bluestacks nicht ist halt so komm fighten wir mal weiter wir müssen wieder auf die 19.000 wir müssen wieder auf die 1900 rauf sehr gut ich hatte heute frühen fight da habe ich gleich am anfang connection lost gehabt und habe es trotzdem noch auf dem unentschieden geschafft das fand ich ziemlich geil so jetzt ist er definitiv noch im vorsprung genau er hat noch truppen ich würde damit bis der bis der bomber weg ist genau jetzt ist der bomber weg und jetzt kann ich eventuell mit den truppen genau ich habe die truppen von ihm auseinander gerissen dass ein so ein so ein teil und schade jetzt würde ich würde so gerne hinter den riesen was packen dass der halt gleich noch mal direkt ins gesicht geht ja ja genau dass ich hinterm riesen halt wirklich noch eine truppe habe sehr gut und wieder ein elixier sammler weil warum kann ich den so krass angreifen weil ich mehr elixier habe als er und der bomber ist ihm erstmal scheißegal beziehungsweise andersrum dem bomber ist erstmal scheißegal dass da ein riesen steht der sagt sich äh ne ich will nicht aufs maul wieder erwarten eismagier muss ich ganz ehrlich sagen habe ich gar keine angst vor der ist meiner meinung nach ganz gechillt ich gucke mal dass ich den mal richtig schön veräppeln kann sollten wir auch so hinkriegen das sollte nicht das thema werden hier Aha schön kobolde habe ich aber auch junge und schon der hat ja gar nichts gemacht der hat ja gar nichts gemacht hier haben wir schön elixier sammler wieder rein dass wir wirklich schön power haben Na wir haben noch zu wenig truppen ich möchte gern noch mehr ich warte Scheiß drauf junge hier kommt jetzt der king der king genau der giant Hätte ich noch ein bisschen warten müssen weil es könnte ja sein feuerball zack er trifft wieder beide einheiten das wäre nicht schön So und guckt mal was ich jetzt gegen ihn anwenden kann Ach komm hier ich hau die barbaren gleich vor dann kommt da damit auch nicht ganz klar Ja der riese ist schon mal down von ihm ich setze gleich mal nächsten riesen Um einfach zu zeigen was hier geht Und gleich wieder schön Sehr nice die combo magier und musketieren richtig nice auf jeden fall Und das war's das ding ist durch Und Ja wirklich dieses also ich musste mich halt wirklich max hat mir das einfach wirklich noch mal gezeigt Hey komm 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 runter Mach nicht so hart mach nicht so hart nicht immer gleich bam 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 Und das ist es halt wirklich also Guckt es euch an wie ihr seht und ihr seht ihr wisst wie ich gefightet habe Und ihr wisst oder ihr seht wo ich jetzt momentan bin Also da könnt ihr das auch also jeder der halt auch so schlecht war wie ich kriegt das auch hin Er hat auch elixir sammler passt Dann weiß ich Ja okay dann würde ich sie jetzt nicht mehr verwenden okay Weil Das ist ja ein freifahrtschein für ihn sonst Klar jetzt hat er 6 für die rakete ich glaube die rakete kostet 6 Das ist natürlich auch immer vorteilhaft wenn man weiß was die truppen kosten Dass man sich das durchrechnen kann Und jetzt kommt hier hinter noch magier genau weil er ja garantiert was Droppt um meine hintere truppe sozusagen kaputt zu machen Und das ist ihm natürlich auch sehr gut gelungen Ah schade Ist aber noch in ordnung gewesen Jo passt Ah er hat schon zwei Ich muss jetzt gas geben Weil er gerade noch eine gebaut hat Dass ich ihn schon mal ein bisschen anhitten kann Ich warte Das lief gut für mich Das hätte ich jetzt ohne scheiß das hätte ich jetzt nicht gedacht Ich hätte gedacht dass Die die lakaien da definitiv Ja klar logischerweise Hat er sowas das ist jetzt nichts neues Weil Wofür würde er sonst die elixierpumpen bauen Geht ja nur für sowas Dass er halt einen teuren angriff startet Ja passt Ist okay Jetzt kann er aber hier schön frei durchrennen Und ich habe die barbaren nicht Komm Ich will nicht dass er zu viel Hittet 320 Health points nur noch Kriegen wir das halbwegs Gesaved hier Ich sehe schon die lakaien Oh nein Ich habe die zu früh gedroppt Ich habe den Riese zu früh gedroppt Kacke Naja das ist Das war es wohl Der Riese war viel zu früh gedroppt Schnell hinten ran Ah er hat noch barbaren Aber er hat jetzt auch aufgehört Wieder die Die elixierpumpe zu bauen Wo du sagst Ey der Ja scheiße Da haut er den Da haut er einfach den Hawk raus Aber kriege ich da einen Three Star hin auf keinen oder Das wird nicht Ah wenn er jetzt Irgendwas stärkeres Raus ballert Na immerhin etwas getroffen Der der lucky ist total egal Schwein weg Und ich muss auch wirklich sagen Beim Bei den barbaren war es richtig krass Der unterschied zwischen level Sieben und acht War es das Ich glaube sieben und acht Richtig hardcore Da nimmt er mich auch nochmal Ganz schön hart auseinander Ja Und jetzt Ah jetzt die barbaren Scheiße So jetzt schnell Ich hoffe ich kriege ein Unentschieden Es wäre richtig nice Aber wenn er hier jetzt Mit dem Schwein kommt Würde Schaffe ich das Ich probiere es Alter ich habe den Hawk abgewährt Nice shit Aber ihr seht es Er hat wie gesagt Er hat mit Elixierpumpen angefangen Und hat aufgehört Und hat aufgehört damit Wo du dir sagst Warum Du hattest ein 1a deck Und jetzt bin ich hier am machen Und gewinnen noch fast gegen dich Warum hat er es nicht durchgezogen Aber klar Ich freue mich natürlich Logisch Das soll es dann auch gewesen sein Ich hoffe Es freut euch Ich gehe mal schon davon aus Dass ihr das auch cool findet Dass ich es endlich geschafft habe Mich da so ein bisschen Oben zu halten Nächstes Video denke ich mal Sollte eine Kronentruhe drin sein Ja Haut rein würde ich sagen Ich wünsche euch was Ciao Ciao